Die kriegen mich nicht! Wo der Arbeit will. So, lief doch alles super. Mein Gott, was ihr immer alle habt. So, jetzt sammeln wir natürlich erst mal alles ein hier. Hast du dich versteckt? Du hast Kopfweh. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay, Ombre. Jetzt ist das hier nur... Wo geht's denn hier hoch? Okay. Wo sind denn denn? Ich gucke nur. Ich gucke nur. Ich gucke. Ich muss auch ein bisschen hier looten. So, und jetzt? Klaue den Bargestwagen. Ähm, was für ein Ding? Die? Ich gucke nur. Die Verdächtigen wurden in diesem Gebiet gesichtet. Findet sie endlich! Ich sehe hier mehrere Patrouillen wie. Seid vorsichtig. Dann mal los. Bin auf einer Radiofrequenz. Könnt ihr mich gut hören? Laut und deutlich, Somi. Verrätst du mir mal, was hier für ein Scheiß abgeht? Wir müssen uns an den Plan halten. Elizabeth Crest Street. Das ist weiterhin euer Ziel. Auf den Straßen ist zu viel los. Bleibt also im Untergrund. Äh, wortwörtlich? Ihr müsst durch die alten Metrotunnel. Die Metrostation ist unter einer verlassenen Ausstellungshalle. Okay. Diese Drecksäcke geben nichts auf. Werd sie los, bevor es ins Parkhaus geht. Wie kann ich nicht aussteigen? Ah! Bringt sie her, hör auf! Ah! Super, Wien! Willst du nicht in die Armee? Was? Wo willst du hin? Hier draußen sind wir ein leichtes Ziel. In einem Auto erst in der Pflicht. Wir müssen die loswerden. Und zwar schnell. Kid! Hoffentlich weißt du, was du da tust. Die Wichser geben einfach nicht auf. Saubere Technik. Aber gutes Ergebnis. Ich habe da etwas für dich. Ha ha! Ah! Minus eins! Achso, ich hätte einen Finisher machen können. Positionen halten! Die Wichser werden nicht in der Pflicht. Ah! Ja! Ihr umzingelt mich nicht! Ich habe da etwas für dich. Ah! Ah! Ja! Ah! Ah! Wo kommen denn die alle her? Wie? Zurücklassen? Kommt die nicht mit oder was? Wo bleibst du dein Mädchen? Komm jetzt! Ich bin ein bisschen affig hier mit diesen Jensen. Ich brenn sie um! Jo, es kommen jetzt Mädchen! Warte mal, ich brauche mal hier, ich habe mal eine Knarre hier. Schauen wir mal Qualität. Hier, das hier. Sind unterbe... Bringt sie alle um! Hier ist ja nur Bambula. Sorry, tut mir leid, aber das ist doch pissig. Das war echt genial! Das ist ein bisschen dumm, weil das zu viel ist. Geh mal, da kommen einfach immer mehr, immer mehr. Ich habe keine Munni mehr, keine Dings mehr. Wir haben Zeitkontakt, Leute! Was ist denn das für eine Knifte, Alter? Das ist doch kein Sturmgewehr, das ist doch eine Rotze. Halt mal hier noch eine andere. Gibt mir mal eine vernünftige Knifte hier. Hier ist vielleicht nicht so Jude, aber vielleicht schießt die hier ein bisschen besser. Ach, ja! Ihr umzingelt mich nicht! Weiter! Nicht nach! Achtung! Ich muss... Ah! Achtung! 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 Mann, Junge, dann soll sie doch verfickt nochmal... Steig hier ein in diesen scheiß Wagen jetzt hier! Neil hat ein Fahrzeug! Lass die Schweine nicht entkommen! Ist sie jetzt hier drin oder nicht? Positionen halten! Ich find's übertrieben, weil das einfach nur Schwachsinn ist! Das hört ja ja nicht mehr auf hier! Wir müssten ja uns verstecken irgendwo! Aber die sind ja hier allgegenwärtig! Die sind ja... Die hören ja nicht mehr auf mit Dings hier! Und dann hab ich hier so einen scheiß Truck hier! Das ist... Sorry, tut mir leid, aber das ist keine... Das hat ja mit Dings hier nichts mehr zu tun hier! Das hat ja mit Dings hier nichts mehr zu tun hier! Und dann halten! Ja... Wird schlimmer laufen können! Wir müssen weiter! Habt ihr sie gefunden? Der Colonel wird ungeduldig! Scheiße, wir arbeiten ja dran! Ihr habt sie verloren! In unserem scheiß Revier! Und schon sind wir verschwunden! Außenposten! Sieht sicher aus! Ausnahmsweise mal! Ja, das ist... Das ist krank! Das ist... Sorry! Das tut mir leid! Du hast ja überhaupt null Chance hier rauszukommen aus dieser Misere! Also ich finde diese... Das ist keine Innovation! Ich wieso ja nicht wieder... So ein Witz! Habt ihr hier alles zerbombt oder was? Wie? Ich bin zum ersten Mal hier! Ne, genauso! Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht muss! Ähm... Okay... Ähm... Okay... Okay... Spider in the Fly? Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Aufgabe hier? Bessen Tipp? Ich sollte bei der Eröffnung das Band durchschneiden. Trödel doch nicht so. Hä? Was ist denn du für eine Schlüpper, Alter? So still, dass man sein Chromquietschen hört. Ein gutes Zeichen. Meinst du? Ich mag's lieber etwas belebter. Also ich muss sagen, das Polizeisystem ist hier, finde ich scheiße. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Da kommen wir nicht hin. Verdammt. Ich hab hier nicht einen neuen mehr. Haben wir nicht, kriegen wir nicht, können wir nicht machen. Entschuldigung. Das ist manchmal so. Das ist manchmal so. Hauptsache, das Ding fällt mir bald auf den Kopf hier. Hier kommen wir nicht raus. Hier kommen wir nicht raus. Was soll ich so nach der Ausstellung fragen? Oh, hier ist eine Anselminger. Da kommst du denn noch gar nicht hin, wa? Warum steht die jetzt hier? Ziel war die Stadtsanierung, um Arasakas wachsenden Einfluss einzudämmen. Militech hat die meisten Projekte hier gefördert. So hat Militech auch Geld in Dogtown gesteckt? So hieß es damals noch nicht, aber ja. Stadtsanierung von Fegen. Ziel war die Entwicklung militärischer Infrastruktur. Ich glaub ja nicht, dass du ein wahres Wort darüber hören wirst. Ist hier noch irgendwas? Ui. Na, sag mal. Eine glänzende Zukunft. Ja, mit ihrem Geld. Nur schrecken Kriegeinvestoren ab. Kriege passieren nicht einfach so aus dem Nichts. Irgendjemand gibt immer die Befehle. So kenne ich Rosalind Myers. Niemals die Verantwortung übernehmen. Hm, okay. Sie mag ihre Cheffe nicht so. Ein vergoldetes Monument für ein gewisses aufgeblasenes Ego. Ha. Das sagt ja die Richtige. Verdammt. Gibt's keinen anderen Weg? Songbird? Problem. Kriegst du die Tür auf? Moment. Ach, verdammter Schloss Clint. Ihr müsst sie selbst aufbekommen, wie? Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. Drei. Zwei. Eins. Hü- Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Sieht nach einem von Hansons Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug. Andere Seite des Raums. Warum ist hier so viel Sprengstoff? Lass uns keine Zeit verschwenden. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Hm. Shit. Songbird? Ey, schlechte Neuigkeiten. Ah, mal. Ja, aber... Ich hab' ne Überraschung für unsere Gäste. Du musst nur noch was anpassen. Bringt sie alle um! Beschäftigt sie bitte kurz. Okay? Wir müssen die beschäftigen. Songhackenplan. So macht man das, ihr Punks! Tempo halten, verdammt! Super, Wien! Willst du nicht in die Armee? Gehe in den Nahkampf! Hier ist die Kacke am ganzen Songbird. Bin schon dabei. Halte durch. Let's go! Ich fahre die großen Geschützer auf! Zu mir! Hier, Benni! Ja, da hekt, treff' überhaupt nichts hier. Hab's fast, muss aber das Eis weg. Woher haben sie solche Waffen? 50%? Steht unterwegs! 90%. 90%. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Geschafft! Es bewegt sich! Sie haben sich vorgestellt, die GW-Fall. Ein paar Prototypen vermitteln. Entschuldigung, das war ich. Entschuldigung, das war ich. Keine Waffe. Oh, Gott. Was? Was heißt, oh Gott? Die Kibera! Was? Verliere... die Kontrolle! Songbird? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Scheiße, was ist da los, Vi? Weiß nicht. Song hat nen Anfall, oder so. Sieh nicht, du... Oh, Scheiße! Das Scheiß-Teil dreht durch! Fuck, Sovi! Pack endlich den Maulkorb aus! Hier lang! Schnell! Hier lang! Bist du lebensmüde? Ja, klar. Rüben! Komm schon, die! Alter! Auf die Beine! Lauf! Auf die Beine, in die Schlacht! Alter! Ich kann nicht rennen! Hallo? Kann ich... Hier hoch! Zum Aufzug! Los! Schmädchen, dreh dich nicht um! Dreh dich nicht um! Lauf! Da oben! Aufzug! Jetzt komm schon! Ja, na endlich! Der Aufzug kommt! Bleib so lange in Deckung! Verzinkt! Scheiße! Auf! Und da oben! Wer ist auch ein nepropof! Ich kann nicht um... Ach du Scheiße, holy moly moly. Du willst es hart, kannst du haben. Holy moly. Fuck, nein, nein, nein. Oh shit. Ich sehe überhaupt nicht. Ich sehe überhaupt nicht, was? Alter, leck mich doch am Arsch. Was passiert hier gerade? Bisschen Kopfschmerzen. Kann aber meinen Körper nicht spüren. Du stopfst mir heute nicht. Nee, wohl nicht. Okay, gut. Ist er zerstört? Nach dem Sturz? Ja. Wir hatten Glück. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Ja, sieh. Sturz, du Scheißding, endlich mal. Der Sturz hat uns schwer beschädigt. Kannst schon? Der Teil endlich. Schieß auf die ungeschützten Teile. Los, das ist unsere einzige Chance. Nein. 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 Noch nie ein Kurzschluss. Gott ver... Ich zieh jetzt nicht daneben. Ja, genau. Jetzt haben wir es. Fuck, das war's noch nicht. Pass auf! Tektron, die wollen die Große reparieren. Jetzt stirb endlich. Mann, wo denn jetzt, hallo? Leck mich am Arsch, wir sind dort. Ach, leck mich doch. Diese ewige Lade, meine Fresse, lade doch ein bisschen schneller. Ist ja nur schön, dass du so eine Animation hast, aber ey. Spürt. Die kriegen mich nicht. Schieß auf die ungeschützten Teile. Los, das ist unsere einzige Chance. Scheiße. Ihr umzingelt mich nicht. Gottverdammt noch mal. Die Gelenke sind ungeschützt. Positionen halten. Lass mich... Ja, genau. Jetzt haben wir es. In Deckung! Hier umzingelt mich nicht. Fuck, das war's noch nicht. Pass auf! Tektron, die wollen die Große reparieren. Jetzt stirb endlich. Trink sie alle um! Konzentrier dich! Du willst mehr? Aber du musst das Ergebnis. Wenn ich dich in die Finger krieg, so nie. Verdammt! Die kriegen mich nicht. Die sind sicherlich. Die Kriegen mich nicht! Lass mich nicht treffen! Boah, fickt doch deine Mutter, Junge. Lass mich nicht! Lass mich nicht! Lass mich nicht! Ist ja noch nie kaputt, Alter. Komm, hier, kurzschluss jetzt hier. Wie? Alles okay? Spring drauf und erledige es! Wie? Das Scheißding explodiert gleich! Erledige es! Wie? Fang! Jagd das Ding hoch! Roste in Pisse, Scheißbott! Sehr gut. So ein verficktes Scheißteil. Zum Schutz der Nation. Schwachsinn. Das war knapp. Aber gutes Teamwork. Und Glück. Scheiß viel Glück, wie?